Isaiah Berlin unterscheidet in seinem Buch zwei Freiheitsbegriffe zwischen negativer und positiver Freiheit. Negative Freiheit beschreibt die individuelle Freiheit von etwas, von äußeren Zwängen und von Einmischung. Es ist die Abwesenheit von Barrieren und Verboten in einer Gesellschaft. Positive Freiheit bedeutet die Freiheit etwas zu tun, nach eigenem Willen zu handeln, sein Leben zu kontrollieren. Es ist die Macht, trotz struktureller Grenzen in der Gesellschaft voranzukommen. Klingt verwirrend? Verdeutlichen wir den Unterschied mithilfe von zwei fiktiven Personen. Das ist Frank. Er lebt in Freeland mit seinen Kindern und seinen Gewichten. Dann gibt es Lilly. Sie lebt in Liberty, schätzt Gerechtigkeit und möchte Richterin werden. Beide stoßen auf viele Hindernisse. Für Frank sind seine Gesundheit und seine Familie am wichtigsten. Er steht früh auf, trainiert und bringt die Kinder zur Schule. Er achtet auf Ernährung und Bildung und missbilligt Menschen, die beides vernachlässigen. Er mag die Behörden nicht. In Freeland gibt es hohe Steuern für das Gesundheitssystem. Frank fragt sich, warum er für andere zahlen soll. Er wünscht sich Freiheit von diesen Steuern. Frank trainiert gerne abends vor seinem Haus, wenn seine Kinder im Bett sind. Kürzlich verbot Freeland das öffentliche Training nach 22 Uhr. Frank findet, das geht die Regierung nichts an. Er will Freiheit von solchen Gesetzen, die seine Freizeitgestaltung einschränken. Und es gibt noch etwas. Frank mag keine öffentlichen Schulen. Er hält sie für nutzlos und würde seine Kinder lieber zu Hause unterrichten. Aber in Freeland ist Homeschooling illegal. Frank findet das empörend und wünscht sich Freiheit von Schulpflicht. Schließlich hat er genug und zieht nach Liberty, wo die Steuern niedriger und die Regierung kleiner ist. Dort glaubt er mehr Freiheit von äußeren Zwängen zu haben. Lilly ist bereits dort und fühlt sich gefangen. Lilly brach sich kürzlich das Bein. Sie braucht eine Operation, aber Behandlungen sind in Liberty teuer. Für die Bezahlung muss sie einen Kredit aufnehmen. Sie findet das System unfair und hat nicht die Freiheit auf bezahlbare Gesundheitsversorgung. Es wird noch schlimmer. Nach der Operation muss Lilly rehabilitieren und geht spazieren. Dabei bemerkt sie, wie sehr sie den Abgasgestank der Autos hasst. Der Smog ist eindeutig gefährlich. Lilly findet, sie hat keine Freiheit auf eine angemessene Genesung. Die Ungerechtigkeit erinnert Lilly tagein Tag aus daran, dass sie Richterin werden will. Aber ihre Familie ist arm und sie kann sich die Studiengebühren nicht leisten. Ein weiterer Kredit macht ihr Angst. Schließlich fühlt sie sich nur noch frustriert und verbittert. Sie glaubt, dass sie keine Freiheit hat, ihre Träume zu verfolgen. Lilly ist in Liberty unglücklich und zieht nach Freeland mit einem stärkeren Sozialsystem. Ein Ort, an dem sie die Möglichkeit hat, ohne Rücksicht auf strukturelle Einschränkungen in der Gesellschaft zu handeln. Befürworter negativer Freiheit sympathisieren mit klassisch libertären Gedanken. Sie sehen den Staat als Zwang, der individuelle Freiheit einschränkt. Sie bevorzugen eine kleine Regierung mit wenig Steuern und Regulierungen. Befürworter der positiven Freiheit identifizieren sich meist als Sozialliberale. Sie wollen meist einen großen Sozialstaat, der für eine gerechte Umverteilung des Wohlstands sorgt und gleichen Zugang zu Chancen bietet. Was denkst du? Welche Art von Freiheit sind dir wichtig? Findest du Isaiah Berlins Theorie von den zwei Begriffen der Freiheit richtig oder falsch? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com slash sprouts.